...und so herzergreifend, aber... ...und so herzergreifend. Ach, hinter mir ist einer. Ja, scheiße, jetzt hier zwei gegen einen, oder was? Seid ihr feige, ihr seid feige, seid ihr. Feige seid ihr. Ja, wobei... Du kannst natürlich nichts machen, wenn die mit der 12mm auf dich schießen. Da hast du verloren. Wohl oder übel. Da kannst du nichts machen, das ist einfach so. Ja, Leute, da können sie nichts machen. Nur winken und lachen. Ach ja. Auf jeden Fall, Schule ist blöd. Ich gehe nicht gerne zur Schule. Liegt an ignoranten Lehrern, an diesem ganzen scheiß Schulsystem. Schulpflicht, nein. Ein Recht auf frei bestimmte Bildung wäre, finde ich, die bessere Lösung. Äh, ja, weil, im Grunde genommen... Seit der 10. Klasse verstehe ich nichts mehr in Mathe. Und, äh, das ist wahrscheinlich ein Problem, was viele von euch kennen werden. Und, aber ich werde den Teufel tun und jemals irgendwas in meinem späteren Leben machen, was mit, äh, höherer Mathematik zu tun hat. Und, warum muss ich jetzt trotzdem noch die drei Jahre bis zum Abitur Mathematik machen? Weil, ich werde niemals Physik, Mathematik oder irgendwie Ingenieurwissenschaften studieren. Weil, ich nämlich einfach nicht mit Mathematik klarkomme. Warum? Könnt ihr mir das erklären? Ja, Allgemeinbildung, aber ich brauche es einfach nicht. Ich brauche es einfach nicht. Ich brauche es einfach nicht. Oh. Ja. Der war dann wohl... Tja. Hihi. Den habe ich nicht gesehen. Scheiße. Ah. Zumindestens nicht ohne Grund gestorben. Einen mitgerissen. Das heißt, den habe ich nicht gesehen, aber ich wollte abdrehen, aber das ging dann doch nicht. Ah. Nein. Warum? Warum? Komm mal eine Runde mit der Hawk 35M. Geballte Feuerkraft. Steckt hinter dem Teil. Ach ja. So, dann wollen wir mal. Ja. Jawohl. Ja. Jawohl. Scheiße. So. 5 mal 7,6, 2 und 1. 12,7. Geschütz. Auf dem Ding drauf. Ah, scheiße. So. Ähm. Ja. Dann wollen wir mal gucken. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Äh. Äh. Wo seid ihr? Hallo. 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 Ach, da ist einer. Auf dem Sturz sind wir uns jetzt mal. Genau. Ja. Ich merke schon. Jawohl. Ersten Gegner direkt zerstört. Oh, wer schießt nach? Ach, da hängen mir auch schon wieder welche in den Nacken. Nein, den klemme ich mir jetzt aber mal hinter. Oh, scheiße. Und die FPS-Einbrüche sind schon wieder... Schon wieder mehr als spürbar. Komm, nehmen wir den jetzt. Komm her. Kommst du wohl her? Ah, klauen die mir. Alle Kills. Ah, klauen die mir. Ach, scheiße. Ich brenne. Ja, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. scheiße, 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 scheiße. Zurück zum Hangar. Puffless du Jgencej師, jonge-jonge-jonge-jonge-jonge-jonge-jonge-jonge-jonge-jonge-jonge-jonge-jonge-jonge-jonge-jonge-jonge-jonge. Krasser Shit, Alter. So, dann wollen wir mal. So langsam kommt das aber wieder. Spaß an der Freude. So. Oh, und bitte stürz mir jetzt nicht ab. Ich hab da immer, also deshalb, das Ding ist, ich hab immer Angst bei World of Warplanes, dass es mir abstürzt. Deshalb hab ich immer so ein schwummi, äh, so ein blödes Gefühl bei den Aufnahmen. So. Weil ich denk so, jede Minute könnte das Programm abstürzen. So, und das find ich nicht gut. Und halt die FPS-Einbrüche tun ihr, äh, Übriges dazu. Wir gucken uns nochmal ins ernste Gesicht unseres Moll-Video. Ja, doch nicht. Tun wir nicht. Yay. Okay. Dann wollen wir mal. Da ist der Erste. Da ist der Erste. Ziel getrafft. Schlosswinkel zu groß. Ja, ich merk schon. Den holen wir uns jetzt. Schade. Hätte auch unser sein können. Oh, nochmal ganz knapp, ey. Da hab ich gedacht, der Aquation war jetzt. Scheiße. Wär auch ein bisschen Glück gewesen, wenn ja. Nein. Dreh ab. Boah, wie leidig. Oh, ja. Router überheißt. Boost kann nicht aktiviert werden. Waffen überheißt. Feuerrate verringert. Unser Hauptquartier wurde zerstört. Unser Flags sind ungenauert. Stoßwinkel zu groß. Waffen überheißt. Feuerrate verringert. Unser überheißt. Boost kann nicht aktiviert werden. Oh, der Motor hört sich nicht gut an, Freunde. Hört ihr das? Hört sich nicht gut an. Da können wir nicht dran. Scheiße, das hört sich echt nicht gut an. Aber sieht gut aus für uns, ehrlich gesagt. Ich denke mal, die Sache werden wir gewinnen. Ja, noch zu... Ja, das Gewinn war, klar, natürlich. Der Boost ist gar nicht verfliegt. Ja, unser Motor, der... Ich muss auch steigen können mit dem Flugzeug. Ja. Geil. Haben wir gewonnen, das Ding. Jawohl. Sieg. Entschädigung für... Okay. Ja, würde ich mal sagen, noch eine Runde. P36. Dann wollen wir mal gucken, was das so gibt, ne? Wach. Hoffe jetzt nochmal eine schöne Runde. Festung ist eine sehr schöne Karte, nur die ist ein bisschen FPS anfällig, weil die sich da nämlich gegenseitig beschießen. Und das alles wird noch von dem Spiel berechnet. Und mein... 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 Computer packt das alles nicht, so wie es sein soll. Äh. Das finde ich blöd. Ich muss mir einen neuen PC kaufen. Ich glaube, ich... Ich richte so einen Spendentopf ein für einen neuen PC für mich. So können mir meine Zuschauer den neuen PC bezahlen. Genau, wenn ihr hier Let's Plays gucken wollt, dann müsst ihr spenden. Nein, Spaß. Aber falls einer irgendwie, äh... Zu viel Geld hat und meint, er könnte mir einen neuen PC kaufen, also ich würde mich drüber freuen. Also... Nein, Spaß, aber... Ich brauche einen neuen PC. Ja, ich hole sie mir. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ich streife durch das ganze Land. Pokémon! Da haben wir doch... Einen willigen Gegner. Aber wir sind eben ziemlich im Unterlegen. Sie getroffen! Oh, ich bin jetzt hier mittendrin. Scheiße. Jetzt muss ich erstmal hier gucken, wenn ich wieder so ein bisschen... Hier so ein bisschen wieder rausmanövriere, weil... So mittendrin, da verträgt die FPS-Rate nicht. Jawohl! Jawohl! Ja, gut, Unterstützung. Das ist gut. So, dann... Gehen wir mal runter, damit wir hier wieder genug Speed haben und dann komm. Ja, komm her. Scheiße. Okay, dann wollen wir mal. Heißer Ritt, heißer Ritt, heißer Ritt, definitiv heißer Ritt. Boah, wir müssen noch mal ein bisschen Gas geben, die Lände. Das ist super, genau hinter uns, ja, ne? Ja, ich merk schon. Und es... Es... Die FPS... Die FPS... Die FPS... Die FPS... Wartest im Keller... Und wir wilden durchs Land. Komm schon, 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 komm schon mehr ausrichten. Sorry, Leute. Kann ich jetzt hier nur von den anderen... Ja. Kannst vergessen. Da konnte ich auch jetzt nichts machen dran. Traurig, aber wahr. Aber ich meine, bin der letzte Überlebende. Da kann man ja... Das ist ja auch eine Belobigung für mich. Ach ja. So, und ich sehe auch, dass unsere Zeit jetzt um ist. So langsam. Damit beende ich die Session. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben oder bewertet das Video. Und ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Auf jeden Fall, ich sag tschüss, tschau und auf Wiedersehen, euer Alex, NLK, LB.